Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil von Tervernen Manager Simulator. Ja, ich würde sagen, ich räume erstmal den Tisch ab. Hier, die Herrschaften sind gerade gegangen und wir schauen mal, was sich noch so ergibt. Ich würde auch noch mal ein bisschen Bier bestellen, wenn wir das Tablett mal wegnehmen können. Jawohl, Lieferung. Ich weiß nicht, wir machen einfach noch mal zehn Stück. Wir brauchen ja auch was. So, wunderbar, die sind auf dem Weg. Steigern sie ihren Ruf. Ja, das würde ich gern, wenn jemand reinkommt, können wir das gerne tun. Ja, so. So, ich mach dabei mal ein Bierchen. Wunderbar. Haben wir auch. Sehr gut. Okay. Zwei Personen da. Sehr gut. Eins, zwei, drei. Das können wir weg tun. Hallo, meine Damen. Herzlich willkommen, meine Herrschaften. Sehr zum Wohle. Neues Level. Wunderbar. Haben wir. Gut, was sollen wir als nächstes machen? Kaufen Sie eine neue Tavernenebene. Mal gucken, ob wir das Geld dafür haben. Tavernenebene. Was heißt das? Tavernenebene. Meinen Sie Level? Ich denke mal Level, ne? Ja, da müssen wir noch ein bisschen Geld verdienen. Ja, vielen Dank. Machen Sie es gut. So, ein Bierchen. Wunderbar. Sehr zum Wohle, die Dame. Hier gibt es auch noch ein bisschen Geld. Wunderbar. Ich glaube, das Pferdchen ist da, ne? Mit der rechten Maustaste könnt ihr das Tablett übrigens schneller wegnehmen, ne? Da müsst ihr nicht immer ins Menü gehen. So, Bier ist wieder da. Sehr gut. Jetzt haben wir geschwabbert. Das ist nicht so schön. Warte mal. Oh, Madame. Ich komme. Das ist ein schlechtes kleinen Moment. Das muss ich mal entsorgen. So. Komm, fisch mal rüber. So. Fein. Der Tisch ist sauber. Wunderbar. So. Noch mal schnell durchwischen hier. Gut. Haben wir? Achso. Na toll. So. Meine Herrschaften. Sehr zum Wohle. So. Wunderbar. Okay. Haben wir. Was soll man als nächstes machen? Kaufen Sie das Tavernen-Update. Jetzt können wir das bestimmt mal tun. Denn Geld müsste da jetzt ja da sein. Dann machen wir das mal. Okay. Haben wir. Aha. Ach, ist das hier... Auf alle Fälle eine lustige Sache, das Spiel. So. Schnell sauber machen hier. Wunderbar. Können die nächsten Gäste kommen. Die werfen mal hier rüber. Okay. Gut. Gut. Haben wir das Tabletten auch? Haben wir da noch was drauf? Ja. Haben wir. So. Wie viel Bier haben wir denn noch? Vier haben wir. Und das hier ist bestimmt schlecht, ne? Machen wir noch voll. Jawohl. Sehr gut. Okay. Dann müssen wir jetzt mal nach dem Rechten schauen. Wir haben ja hier draußen was bekommen. Also doch, wie ich es gedacht habe, in der Latrine. Das ist ja mal cool. Und ersuche die Toilette. In Zukunft ist es besser, es nicht für längere Zeit schmutzig zu lassen. Der Gestank wird schrecklich sein. Die Toilette. Die Taverne verfügt jetzt über eine Toilette. Manchmal betreten Kunden es. Eine schmutzige Toilette beeinträchtigt ihre Sauberkeit. Nach mehreren Klienten kann die Toilette verstopft sein und muss durch rechts... Oh, war... Durch rechts... Rechtzeitiges Drücken der linken Maustaste gereinigt werden. Aber Halleluja. Und ja, der Gestank. Genau. Bestellen Sie Würstchen für Ihre... Würstchen sollen wir bestellen. Das ist ja ein Ding. Warte mal. Gehen wir mal hier rein. Lieferung. Würstchen. Fünf kosten die. Ich mache mal zehn. Sehr gut. Wie sieht es eigentlich mit Bier aus? Werden wir wohl dann als nächstes bestellen. Die warten bestimmt auf die Würstchen. Und ich muss Wasser pumpen. Sehe ich gerade. Wasser. Wir brauchen Wasser. So, einmal, zweimal, dreimal und fertig. Ja, ich komme sofort. Ich komme sofort. Ich kann hier nicht alles auf einmal. Schön, dass ihr den... Musst du nicht machen. Ihr brauchst nur den Wasserkübel dahin. Oh, Würstchen. Lecker. Mh. Und dann geht das los. So, meine Damen, meine Herren. Ne, meine Damen. Zwei Bierchen. Snacks. Kunden können nicht nur Getränke, sondern auch Snacks bestellen. Kaufen Sie Ressourcen im Laden. Bringen Sie sie zum Lagerhaus. Halten Sie die linke Maustaste gerückt, um Snacks auf die Regale zu platzieren. Auf den Regalen zu platzieren. Haben wir das schon? Ah, das ist geändert. Okay, cool. So, erst mal Bierchen. Ungewöhnliche Kunden. Sie werden beliebter in der Regen. Aufmerksamkeit. Manchmal kommen ungewöhnliche Kunden zu Ihnen. Einige werden um Hilfe bitten, während andere möglicherweise lautstark werden. Um mit den Kunden zu sprechen, blicken Sie die linke Maustaste. Seien Sie höflich zu allen. Hören Sie ihnen zu und bedienen Sie sie angemessen. Okay. Oh, Brust. Was muss ich jetzt hier machen? Legt das Tablett zuerst weg. Ah. 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 Okay. Cool. Der Herr. Der Herr wünschen ein Bier. Haben wir. Haben wir. Bitte schön. Sehr gut. So, hier ungewünschte Gast. Oder wie war's? Hallo. Hätten Sie eine Münze für mich, guter Mann? Nimm etwas. Es gibt 30 Münzen. Ich danke Ihnen, lieber Herr. Ich werde Ihnen jeden... Ich werde jeden sagen, dass er sich auch hier... Ähm. Was? Ich danke Ihnen, lieber Herr. Ich werde jeden sagen, dass hier auch diejenigen behandelt werden, die nicht gut bezahlen können. Okay. Oh, hier sind Fußspuren. Ah, ja, ja, ja. Warte mal. Hier ist ein Bier. Bier im Anmarsch. Bier im Anmarsch haben wir. So, wir wollen mal sauber machen hier. Wischiwaschi. So. Ich glaube, wir können noch mehr bestellen hier. Ja, das ist frei geworden. Achso, das hat mit dem Durchgang zu tun. Okay. Ja, gut. Dann ist das so. So, jetzt würde ich nochmal schauen hier. Wir müssen noch mal Bier bestellen. Was soll man denn machen? Servieren Sie die Wurst, servieren Sie das Bier. Okay. Ich muss aber erst nochmal Bier bestellen. Ja, mein Gott, es wird uns nicht umbringen, wenn wir da 30 Toner geben. In der Realität zwar ein Vermögen, ne? Zu der Zeit, aber... Ja, was soll's. So. Okay. Schauen wir mal, was die Herrschaften möchten. Hallo? Ein Bier, eine Wurst. Kommt sofort. Das ist ja mal krass. Ein Bier. Eine Wurst. So, ist ja zum Wohle. Neues Bier ist immer gut. So, wunderbar. So, warte mal. Das kann ich mal hier... Und was ist mit der Wurst? So habe ich hier die Wurst drauf. Okay. Was wollen Sie denn? Eine Wurst vielleicht? Aber das passt ja. Aber guten Appetit. Na dann. Wer klingelt hier? Wer klingelt hier? Keine Ahnung. Verschmutzte Toilette klingelt. Eieieieiei. Manche, das artet hier ein Stress aus. Muss ich irgendwas mitnehmen? Oh, wow. Warte mal. Hier war das, ne? Den Ding muss ich bestimmt nehmen. Oder? Oh, wow. Ah, du musst den Brei rumrühren. Das ist ja super. Ne. Was ist denn das für ein Spiel? Das ist ja genial. Zum Reinigen. So, alles wieder sauber. Na dann. Ich komme. Ich komme. Ich habe nur zwei Beine. Jo, haben wir. Jo, der Herr. Was darf sein? Ein Bierchen. Haben wir da. Sehr zum Wohle. Wunderbar. Meine Güte. Hier artet es ja wirklich in Stress aus. So, mal ein bisschen waschi waschi machen. Sehr gut. So, ein Bierchen. Jawohl. Kommt sofort her. Bitte schön. Ist die Toilette schon wieder voll? Nee, ne? War nicht so was. Reputation 3. Na, ich denke mal, wir werden auch in die Küche Abteilung hier kommen. Kann aber auch sein, dass wir vielleicht mal zumachen müssen, oder? Achso, das muss ich immer wegräumen. So, können wir noch was liefern lassen? Wollen wir noch mal 5 Bi oder so? Ja. Sehr schön. Haben wir. Tag der Herr. Was hätte man denn gern? Ein Bier. Jawohl. Kommt sofort. Bitte schön. Ja, jetzt weiß ich nicht, welches welches ist, ne? Ach, hier ist wieder was da. Für den Kutscher, so ein abgestandenes Bier wäre auch okay, ne? Achso, ich muss den Sack immer mitnehmen. Ich muss den Sack immer mitnehmen. Eieieiei. Eieiei. 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 so glänzt die wieder hallo eine wurst eine wurst kommt sofort bitteschön so sehr gut eine wurst ein bier das kriegt man hin bierchen haben wir noch ich hoffe die kriegen jetzt das richtige sehr gut dann können wir das nämlich hier entzogen wunderbar das hat funktioniert 1 wie viel bier haben wir denn noch genug dann könnte man mal eigentlich spricht auch nichts dagegen dass du eigentlich der immer das tablett voll machst ne so hier gab es kohle hier gibt es auch kohle hier müssen wir mal drüber wischen ja wir haben die ganze nacht geöffnet ja kein problem so oder mal wischen hier so haben wir und was soll man machen würstchen müssen wir noch servieren und noch ein bierchen ja vielleicht hat der das jetzt dann hätten wir das guten tag der herr was wollen wir denn ein bier das haben wir da bitteschön schönes seifenwasser wunderbar sehr schön ok ja da wird es schon wieder hell ne 19 uhr oder ne es wird nacht aber wir können auch gerne mal rausschauen und übrigens wollte ich mal genau das wollte ich doch mal machen hier was darf es denn sein ein bierchen kleinen moment da war eine fliege drin fliege wollen sie nicht ne gut das ist aber irgendwie irgendwie ist es nicht schlecht das gefällt mir schon man darf sich vielleicht nur nicht so stressen lassen hier ach so tablett weg einmal zweimal dreimal fertig ja ich könnte mir vorstellen später brauchst du noch wasser zum kochen und so ne hallo was darf sein ein bier haben wir zufällig da so haben wir mal eine kombi bestellt halt so rum dankeschön machen sie es gut schönen abend noch da ist jemand gekommen alles ein paket sehr gut sehr schön ja da würde ich sagen ich mache mal ein paar bierchen servieren sie die wurst ja würde ich ja gerne naja was willst machen ich probiere mal was ok ok gut müsste man auch mal probieren ob das so funktioniert oder nicht aber ich finde das sehr gut gemacht und wie diese umsetzung des spiels hier gefällt mir schon sehr haben wir natürlich jetzt 20 taler eingebüßt aber was willst machen naja auf wiedersehen so hier haben wir jetzt sechs sieben und drei das sind wirklich zehn krüge mehr haben wir halt nicht ne ich denke später musst du dann auch noch mal ein paar sachen kaufen schmutzige tun das ist ja unglaublich ja ich würde gerne die wurst servieren aber das ist vielleicht jetzt auch nicht gerade in der toilette ist gerade nicht der richtige punkt ne so wieder sauber passt da drüben ist noch ein brunnen oder man auch nicht das ist eine lampe hallo 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 da ist jemand richtig damit wieder geld haben heißen sie am wünschen ähm weißt du aber täglicher zu kommen und kohle abzusammeln zweimal am tag zwei bier kommt zu wort meine herrschaften ja das werden wir mal entzogen also man kann es trotzdem naja aber es ist eben für den ruf ist es nicht so der brüller aber ich glaube wenn du dir geld gibst hat das auch was mit deinem kunden vielleicht zu tun weiß ich nicht soll mir vielleicht mehr tische bauen aber wir haben ja das tutorial nachdem wo eigentlich kommt keiner ich krieg die wurst nicht los das auch ein ding kommen die herren essen hier wie jeder eine wurst und ein bier oder kommt es funktioniert so zwei bier sehr zum wohle so ich glaube noch mal wie das ist auch ein sehr schönes also von der abwechslung her ist es schon echt toll gemacht naja da kannst du nicht meckern da ein bisschen kurbeln da ein bisschen schneiden backen irgendwas keine ahnung schönen abend noch das mit der wurst ist irgendwie gerade ein bisschen aber ja mal fußspuren sehe ich gerade ja mal ein bisschen durch wegen hier ach die wollen dann auch einen tisch haben oder sowas okay da sollte ich noch einen bestellen aber die demo hängt sich ja hier an der wurst irgendwie auf leute es wäre irgendwie super wenn da mal jemand eine wurst essen würde ehrlich dass wir hier weiter kommen ja ich will es jetzt hier ja nicht machen weil ne haken okay danke tschüss die war nicht so zufrieden worum okay also das seht ihr immer im geld ne 10 mäuse ist es normal und 15 dann ist es dann waren sie sehr zufrieden so was wollte zwei bier ja muss ich mal so sagen da ist jemand drauf ne ist hier wirklich jemand drin sieht man da was kann ich eigentlich sowas auch mir hinstellen das wäre mal eine frage kann ich den irgendwie hier hinstellen in die küche zum beispiel hier hin und es geht das ist gut so die sind fort sehr gut kriegen wir das mit der wurst hier noch hin was will die denn ich würde jetzt können wir wissen was die will um zu reden ja die redet nicht die will auf die toilette gut habe ich verstanden sehr gut ja es ist mit der wurst das ist echt befehl was denn für ein befehl hallo hallo ich hab ne wurst ich hab ne wurst kleinen moment wurst kommt sofort wird frisch zubereitet wunderbar guten appetit vielen dank für vielen dank für spiel für das spielen sie haben alle in der demo verfügbaren inhalte freigeschaltet können aber so lange weiterspielen wie sie möchten in der vollversion des spiels erwarten sie viele interessante dinge kochen neue gerichte hotel management hotel management das finde ich sehr gut da kannst du auch noch zimmer machen edle kunden wenn ihnen die demo unseres spiels gefallen hat fügen sie uns der wunschliste von steam hinzu ja könnte ja für euch entscheiden ich denke mal ich werde mir das mal auf alle fälle im auge behalten bei mir kommt es auf alle fälle mal drauf denn so hat es schon spaß gemacht ja also ich denke da geht noch viel besonders wenn dann hier das kochen noch dazu kommt ähm ich glaube das spiel wird dann auch nicht überfordern aber ich könnte es könnte sein dass dann der ein oder andere natürlich dann auch mal geht weil es einfach vielleicht zu lange dauert ne wenn man vielleicht hinten in der küche zu tun hat äh spielen sie wie sie möchten okay gut dann sag ich mal vielen dank fürs einschalten fürs dabei sein wunderbares demo gefällt mir wirklich sehr gut und äh ja so wir schauen mal was die zukunft hier bringt bis dahin macht's gut und ja auf bald tschau tschau